Nach der tödlichen Schusswaffenattacke bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag nahe Chicago ist der Verdächtige gefasst worden. Der 22-Jährige sei laut Polizei nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit dem Auto ohne Zwischenfall festgenommen worden. Die Polizei hatte nach dem Blutbad mit sechs Toten unter Hochdruck und mit hunderten schwerbewaffneten Einsatzkräften nach dem Verdächtigen Robert Cremo gefahndet. Wie die Behörden mitteilten, wurde der als sehr gefährlich eingestufte 22-Jährige dann von einem Polizisten gesehen. Die Schusswaffenattacke während der Feierlichkeiten zum US-Unabhängigkeitstag vom 4. Juli in Highland Park sorgte landesweit für Entsetzen. Bei der Attacke in dem wohlhabenden Vorort der Großstadt Chicago im Bundesstaat Illinois wurden mindestens sechs Menschen getötet. Rund 25 Menschen wurden durch Kugeln verletzt. Der Schütze hatte nach Polizeiangaben mit einem Gewehr von einem Dach eines Geschäftes aus das Feuer auf die Menschenmenge eröffnet.